Was bedeutet AMK? Die Abkürzung AMK ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der deutschen Jugendsprache. Ausgesprochen heißt es Aminakoyim. Aber was bedeutet es? Die Bedeutung von Aminakoyim ist nicht ganz so schön. Übersetzt heißt es, ich stecke es dir rein, was so viel wie ich ficke dich bedeutet. Die Entstehung. Im Türkischen gab es dieses Wort schon lange. Durch Einwanderer gelangte das Wort in deutschsprachige Länder, wo es sich durch Rapper und andere bekannte Persönlichkeiten wie Shilet Abdi verbreitete. Fick euch Aminakoyim, ich raziue euch alle. Hier ist mein Mesterbruder, ich raziue euch alle mit Shampoo Aminakoyim. Wichtig ist, dass das Jugendwort im Türkischen als schlimme Beleidigung angesehen wird. Im Deutschen ist die Wirkung weit harmloser. Ich hoffe wie immer, dass es euch gefallen hat. Viel Spaß auf YouTube noch und ciao mit V. Bis zum nächsten Mal.